Ja, hallo und willkommen. Ich bin Hannai und in dieser Videoserie möchte ich mit dir das Mathematik macht Freude Freunde Arbeitsblatt zu Linearfaktoren durchmachen und bearbeiten. Falls du das Arbeitsblatt noch nicht vor dir liegen haben solltest, kannst du es dir ganz einfach auf der Mathematik macht Freude Freunde Homepage unter Materialien herunterladen. Das weitere ist wahrscheinlich gescheit, wenn du, bevor du dieses Video durchmachst, das Arbeitsblatt zu quadratischen Gleichungen durchgemacht hast. Wir werden zwar im nächsten Video die relevanten Dinge wiederholen, aber es ist wahrscheinlich so, dass es dort viel genauer und detaillierter erklärt wird. Und zu guter Letzt, ich möchte diesen direkten Stil des Gesprächs nicht missen und da ist es ganz wichtig, dass du auch antwortest, also im Prinzip auch rausrufst, bei den Sachen mitschreibst, mitrechnest und mitdenkst. Ja, dann hoffentlich bis gleich im nächsten Video.